Hallo und recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier aus dem Lampenschafts Simulator 22 hier von der Lampenschaft. Hof Bergmann. Ja wir wollen hier heute mal was Neues ausprobieren und zwar wollen wir hier Gülle ausbringen. Auf der Wiese mal gucken ob das funktioniert. Sieht so aus aber wir werden noch was ändern. Oh haben wir schon. So. 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 Hatte ich gar nicht so gedacht, dass es funktioniert, aber doch, es funktioniert. Jetzt ist es noch etwas. Ihr dürft g her, es läuft uns auf. Farge. Also ist es noch etwas. dass wir viel mehr Zeit haben. Drei, g her, drei, drei, drei. Drei, 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 drei. Alle, drei, 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 drei. зав het waldnach und die H … Drei, 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 vier, drei, drei, vier. Ich möchte hier. Und die Hälfte in den Hälfte in zwei Jahren Ich möchte die Hälfte von dem ... Drei, drei, vier, drei, vier. Gen PuisANCY, und ich möchte mich jetzt Mit dem Ausbringen funktioniert das mal. Und den liefern klappst du nicht so wie soll. Und den liefern du nicht so wie soll. Wo ist das Problem? Und den liefern du nicht so wie soll. 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 Und das Ник橋. Und das sehr her. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 mit dem Befüllen Befüllen Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn jetzt nicht funktionieren, weiß ich auch nicht. Ach, gerade Gegenverkehr. Ja. 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 Jetzt müsste es ja mit dem befüllen funktionieren. Ist ja nur mit Gülle und der Reste befeuerbar. beziehungsweise befüllbar funktioniert auch hervorragend 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 Hmm. Hmm. So, die Stellen, die er nicht gemacht hat, können wir nachmachen. Merde, dass wir hier nicht gemacht haben. Vielen Dank. Das soll es auch heute für jetzt gewesen sein. Das soll es auch heute sein. Das soll es auch heute sein. Dann machen wir hier das Tor auf von der Biogastanlage. Und gucken ob wir da ein paar Unterstände haben. Dann können wir die Technik dazwischen lagern. Das soll es auch heute sein. 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 兒 heldig. Das soll es auch heute sein. 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 Dann, im Ende seien wir jetzt mal ein anderes Hamp足kreis machen. Das soll es auch heute sein. Wir bringen die Stärke schnell zum Biergassenanlage! Tatsächlichs. weise zum güllelager und dann wir die 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 Untertitelung. BR 2018 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 Können wir schon mal früher reinbringen? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Müssen wir innen noch Strecke einfahren? Untertitelung. BR 2018 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 Nicht lange schnangen Kopf in den Nangen. So Leute. Das war es dann erstmal für heute. Dann sage ich mal schönen Dank fürs dabei sein. Schönen Dank fürs Rennen reinschalten. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye und tschau li.